Hi Carsten! Am Samstag spielt ihr gegen Quagenbrück. Das heißt eigentlich, ihr spielt gegen einen Top-Vorteilnehmer. Was glaubst du denn, was erwartet euch da in Quagenbrück? Ja, es wird auf jeden Fall eine sehr schwierige Aufgabe in Quagenbrück. Wir haben ja hier zu Hause mit einem Buzzerbeater von Brian Roberts damals gewonnen und mit einem Punkt. Quagenbrück ist sehr heimstark, haben eine sehr ausgeglichene Mannschaft, haben gute Werfer von außen, einen sehr guten Point Guard. Daher ist es, sie zu kontrollieren und vor allem unsere gute Defense wieder zum Vorschein zu bringen. Ich denke, damit können wir dann dort auch gewinnen. Alles klar, danke!